Und wir werden jetzt unser Wagen ein bisschen verbessern und sagen, wir wollen ein bisschen mehr Kurvenspeed haben. Das mag auf den ersten Blick in Australien nicht unbedingt Sinn machen, da wir mehr Geraden haben. Aber ich glaube, wenn wir hier eine gewisse Balance wahren, ist das von Vorteil. Aber ob sich das so beweisen wird, werden wir ja nach den Rennen sehen. Wir müssen versuchen, immer noch McLaren mindestens zu überholen. Torosso scheint außer Reichweite und die 14 anvisierten Punkte, ja, scheinen auch nur schwer umzusetzen sein. Wir starten das Qualifying und lassen uns mal überraschen, was beim großen Preis von Österreich denn alles möglich ist. Und da ist Gutierrez mit Platz 14 ja wirklich top auf, das müssen wir ja sagen. Und ich würde es einfach mal direkt so lassen. Es ist wieder Quirt vorne, Xelron nur Dritter, also da muss man sagen, kommt Quirt näher. Mit 14 und 19 ein bisschen enttäuschen, wir schauen mal, was noch gehen wird. Ja, gerade für Gutierrez wäre mehr gegangen. Der Start war gut, aber er wurde ein bisschen blockiert und dementsprechend ging dann gar nichts mehr und er hat zwei Plätze verloren. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt haben wir Werlein vor uns und Matto, der kämpft hinten, ja, um was er kämpft, weiß ich nicht, um die Goldene Ananas. Er kommt nicht mal an den 20. vorbei, im Gegenteil, er muss sogar noch aufpassen, nicht überholt zu werden. Jetzt geht Matto an beiden vorbei und ist 19. Das ist zumindest ein bisschen beruhigend. Ja, jetzt haben wir der 20. also es geht hier so ein bisschen auf und ab und wir müssen mal gucken, ob er denn, ich glaube, wir holen ihn besonders früh rein einfach. Ich glaube, wir holen ihn besonders früh rein und mit frischen Reifen hat er dann eine gute Chance, da eventuell nochmal einen draufzusetzen. Und wir sehen Gutierrez kommt näher an Werlein heran, aber wir reden hier nicht von Punkten, Werlein hat auch einen Riesenrückstand. Also das ist nicht ganz so optimal gelaufen, wie ihr hofft. Das müssen wir schon sagen. Ja, welchen Platz er jetzt hat, werden wir jetzt gleich sehen. Olja ist hier vor uns und das ist jetzt Platz 17. Platz 16, es geht wieder voran. Und zum Beispiel Russ ist auf einer ganz anderen Strategie. Also das ist auch sehr interessant. Fährt komplett anders. Viele Zwei-Stoppler haben manche drei, Ricciardo hat sich gedreht, den werden wir nicht halten können, das ist uns klar. Und Matt steht eigentlich noch, ja, noch halbwegs gut da. Das ist nicht schlecht. Naja gut, jetzt verliert er und der ganze Lob war für nichts. Ja, und die Hoffnung, dass Gutierrez nach vorne kommt, ja, die ist jetzt nun mal leider dahin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Euphorie, die ich Anfang der Saison hatte und die ich auch mit in den gestrigen Montag genommen habe, ist jetzt ein bisschen verflogen. Also ich glaube, die 14 Punkte sind eher unrealistisch geworden. Und ja, wir müssen uns vielleicht mit ein bisschen weniger zufrieden geben. Da müssen wir mal schauen, was da noch möglich sein wird. Ich hoffe ja noch auf ein, zwei Rennen, die uns liegen werden. Aber momentan mit Platz 23, boah, da bewerben wir uns auf gar nichts. Das ist eher ein Rückschritt in der Saison dann als ein Fortschritt. Aber wir wollen noch nicht meckern. Die Saison ist noch lang, sie ist noch nicht vorbei. Es kann noch so viel passieren. Hier ist Xelron, der jetzt Matto überrundet. Auf welchen Platz ist ein Xelron? Ja, auf Platz 1 sogar mal. Meine Güte, das ist ja mal was ganz Neues. Die letzten beiden Rennen waren doch sehr enttäuschend. Und ich habe gedacht, das ist ein Abwärtstrend da. Mal gucken, ob er das Ding am Ende schaukelt. Hier fährt er mit Quirt und Quirt greift ihn jetzt hier an. Und Quirt geht jetzt vorbei. Jetzt führt Quirt. Pardon. Also Quirt führt das Rennen wieder mal an. Und wir müssen mal schauen, wie wir eventuell den armen Matt helfen können. Ich war am Anfang der Saison sehr begeistert von ihm. Aber der enttäuscht mich jetzt in den letzten Rennen. Wirklich ein bisschen sehr, muss ich sagen. Da habe ich dann doch ein bisschen mehr erwartet. Und da müssen wir mal schauen, was da noch geht. Und selbst Guterres hat jetzt eine Runde Rückstand. Also, das ist schon der Rückschritt gewesen. Das muss man schon so sagen. Gut, Guterres dreht sich auch noch. Ja gut, damit ist das Rennen gelaufen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist wirklich durch. Und wir können hier vielleicht hoffen, dass Matt noch ein, zwei Plätze gut macht. Aber um mehr geht es denn ja wirklich nicht. Ist auch die Frage, wenn ich jetzt mal gucke, wo könnte Matt sein? Hier, nee, der, da ist ein bisschen weit weg. Das ist ein bisschen weit weg. Also da wird nichts mehr gehen. Alles entschieden. Platz 17 und 21. Das ist die enttäuschende Bilanz. Und Quirt vor Xelron und Miller. Und damit wird die WM zumindest ein bisschen spannender. Aber ich glaube auch, dass wir, dass wir Platz 9 haben werden und behalten werden. Und dass wir nicht vorankommen. Der dritte Sieg in Folge von Quirt, der jetzt schon wirklich rankommt. Wir starten mal das nächste Rennen. Den großen Preis von Großbritannien. Noch heißt es ja so, nach dem Brexit, wir schauen mal, ob das immer noch das große Königreich bleibt. Und was wir sehen, ist enttäuschend. Platz 18 und 19. Und ich, ja, ich kann jetzt nur sagen, das ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Und das ist sicherlich auch nicht das, was ihr euch gewünscht habt. Und wir wursteln wieder hinten rum. Am Anfang der Saison waren wir doch überraschend stark. Und jetzt sind wir überraschend schwach. Aber es gibt auch einen Lichtblick. Denn die nächste Saison sollte prinzipiell eine Verbesserung sein. Wir werden an Matto, denke ich mal, festhalten. Und werden Gutierrez, ja logischerweise, verlieren, weil er ja aufhören möchte. Und werden mal gucken, welchen Fahrer wir dann verpflichten. Denn zwei gute Fahrer bringen uns doch viel. Ich glaube, wir haben den Sprung gemerkt. Die Entwicklung läuft nicht so, wie sie laufen sollte. Das kann man vielleicht so ein bisschen ankreiden in dem Team. Und ja, da muss ich jetzt den kühlen Kopf bewahren. Auf nächste Saison schauen und sagen, gut, Saison abhaken. Wir werden auf jeden Fall Neunter werden. Ich glaube nicht, dass irgendjemand da vor uns kommt. Ja, McLaren mit einem Punkt vor uns ist natürlich ärgerlich. Wir erreichen dadurch unser Saisonziel wahrscheinlich nicht. Aber wir müssen auch sagen, ja, dieses Ziel ist, ja, zwar ein vorgegebenes Ziel, aber das heißt ja auch nicht, dass das leicht zu erreichen ist. Und dementsprechend finde ich es jetzt nicht so schlimm, zumal wir sowohl mit Platz 8 als auch Platz 9 in der Konstrukteursmeisterschaft gleich vielen Münzen für das nächste Jahr haben. Platz 7 wäre ein Traum gewesen. Da hätten wir eine Münze pro Renn mehr gehabt und das hätte uns in der Entwicklung einen kleinen Sprung nach vorn gegeben. Ja, wir sind übrigens kurz vor der 100. Folge. Das ist mir aufgefallen. Hätte ich am Anfang auch nicht so ganz gedacht. Ich habe ganz ambitioniert einen dreistelligen Zahlencounter eingegeben beim Start des letzten Let's Plays, also Folge 001. Aber ehrlich gesagt, so 100% sicher, dass das auch 100 Folgen werden, war ich mir nicht. Also muss ich schon sagen, wenn ich da ganz, ganz ehrlich bin, war ich mir da wirklich nicht sicher. Ja, umso erfreulicher, dass es jetzt denn doch die 100. Folge mit sehr großer Wahrscheinlichkeit geben wird. Und wir haben auch ein bisschen Glück. Pananen hält die beiden auf und hilft uns in Endeffekt damit. Ja, er setzt sich jetzt vor uns, aber das ist ja nicht das Thema. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Wir müssen mal schauen. Also wie gesagt, mehr als Platz 15 ist nicht drin und wir sind auch sicher am Ende wieder überrundet. Das ist das Schlimme. Das ist das, was ich verhindern wollte, dass wir überrundet werden. Dieses Ziel haben wir momentan verfehlt und wir müssen mal gucken, ja, ob wir jetzt den Wagen weiterentwickeln oder schon voll auf die nächste Saison gehen. Beides hat natürlich Vor- und Nachteile, das ist ganz klar, aber tendenziell würde ich fast sagen, es ist schlauer, die Saison abzuhaken und zu sagen, ich entwickle nur noch in die nächste Saison rein. Aber wie gesagt, ganz so sicher, ich bin mir da, ich weiß nicht so ganz. Vielleicht ist es auch andersrum schlauer, wir müssen mal schauen, wie es sich entwickelt. Wenn wir hier nach nochmal eine Entwicklung machen können, machen wir es. Ich glaube, wenn wir aber noch ein Rennen warten müssen, ist es wahrscheinlich zu spät. Auch das muss man natürlich berücksichtigen. Gut, hier ist seine Reifen sind jetzt sehr schlecht, das muss man auch mal festhalten. In Runde 38 kommt er rein. Ja, spannend ist das Rennen nur bedingt, ganz klar. Ja, und da könnte mehr gehen. Wir können ja mal gucken, wer vorne führt. Das ist Vettel, Nick Selleron vor Vettel. Also das ist mal eine etwas neue Konstellation. Vettel hat auch an Quirt massig verloren, war der sicher geglaubte Zweite in der Meisterschaft. Naja gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es sah so aus, als wenn er auf Platz 2 fahren könnte zumindest. Jetzt sieht es ganz anders aus. und Matto kommt auch ran. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass Matto da Präsenz zeigt und zeigt, ich kann hier mit Gutierrez mithalten, denn eins steht fest, Gutierrez hört auf und Matto sollte in etwa gleichwertig sein. ansonsten hilft er uns nicht sehr und da müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt zwischen den beiden. Denn sollte Matto weiterhin so enttäuschend sein wie in den letzten Rennen, dann ja, dann werden wir ihn nicht gebrauchen können. Dann müssen wir doch gucken, ob wir nicht jemanden anders nehmen, der dann ein bisschen visierter in diesem Bereich ist. Ja gut, hier ist auch Platz 17, er versucht es zumindest am Palma vorbei, aber es ist ein, ja, wie sagt man so schön, Wheel on Wheel, also Reifen am Reifen, Duell, Rad an Rad Duell sagt man hier in Deutschland. Ja, also das ist schon spannend zu sehen hier, aber, und das ist jetzt sehr cool, sehe ich gerade, Matto, Matto kommt rein, der ist übrigens so ein bisschen der Reifenflüsterer von all denen hier. und der kann jetzt auch aufdrehen und das ist jetzt auch mal wichtig, dass Matto sich ein bisschen beweisen kann und vielleicht von Xelron nicht überrundet wird und vielleicht auch mal vor Gutierrez reinkommt. Das ist ja die Frage, denn er kommt ja nur dahinter rein und auch das kann sicherlich demotivierend sein und Matto geht jetzt an Gutierrez vorbei. Klar, ich hätte Gutierrez jetzt auch Schwung geben können, aber die Reifen von Gutierrez sind ja schon schlecht. Xelron gewinnt vor Quirt und Russell und Vettel ist enttäuschender Vierter. Ja, und wir können entwickeln und das heißt, wir werden entwickeln und Ungarn, Ungarn ist das Land der Kurven. Wir gucken mal, Kurve, unentschieden, gerade 1 zu 1, 2 zu 1, 2 zu 2, 3 zu 1, 3 zu 3, äh, 3 zu 2, eigentlich 3 zu 3. Kann ich mir mal zählen, unentschieden, eine Kurve mehr, eine Gerade und am Ende brauchen wir eine Gerade mehr. Sie würden profitieren von den Geraden. Ich habe jetzt nur mal grob durchgezählt, ähm, was mehr benötigt wird. Es gibt einen Geradenkurs, also einen Kurs, der mehr Gerade bevorzugt als Kurven. Wir schauen mal, was wir nehmen. McLaren hat jetzt 6 Punkte und greift jetzt schon Torosso an. Wir werden uns da mächtig, mächtig schwer tun, noch ranzukommen. Die Frage ist, lohnt es sich, den Wagen zu entwickeln oder sagen wir, wir setzen völlig aufs nächste Jahr. Hier haben wir die Fahrer dann und das sind nicht so die allerbesten. Wir werden Metto wahrscheinlich nehmen und Sauvage. Ich denke mal, das ist eine realistische Paarung und dann haben wir auch ein starkes Fahrerpaar wieder fürs nächste Jahr. Und dann müssen wir mal gucken. Dann müssen wir mal weiter gucken. Genau, Gutierrez wird aufhören, nachdem er für Haas, Mahnor, Mahnor, Red Bull und am Ende uns gefahren ist, beendet er seine Karriere mit 29. Ist mir ein Rätsel, warum so früh, aber gut. Ist halt so. Wir schauen uns ganz kurz den Punktestand in der grafischen Darstellung an und sehen auch, dass Vettel halt verliert und verliert. Und Herr Miller schleicht sich da auch langsam ran. So, damit haben wir es und ja, ich würde sagen an dieser Stelle danke fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal, also morgen wieder dabei seid, wenn es dann heißt, FL Racing Manager. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag und ja, würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Macht's gut. Ciao, ciao.